Televini Na na Die größe Die größe Die größe Boah, Alzi Was geht wieder los? Beruhige dich Ähm Ich raste aus Ich bin so ungern mit dir Countersweak Ich muss einfach das komplette Spiel Piepen Warte Leute Ich mach das einfach Piep Das mache ich jetzt einfach die nächsten 50 Minuten Dann bin ich ohnmächtig Und dann müsst ihr das Piepen selber machen Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Counter-Strike hier, Counter-Strike GO Dieses Mal, ja mit ein paar Freunden Azzi ist am Start Ach, da liegt der Haar Voll auf den Sack Spielen wir ein bisschen Jetzt hab ich gar nicht da drückt Mit der Aufnahme, wir werden so verlieren Es sind drei Es sind drei Na ganz toll Nice Wir hatten schon die erste Runde gespielt, um zu sehen Wieso, wie die Gegner sind, aber jetzt Ja, wir sehen schon Ungefähr wie sie sind Oh, oh Scheiße Protex, du bist so scheiße, Mann Dankeschön Protex, darf ich dich mal fragen, warum ich dich überhaupt immer wieder mitnehme Was soll er sein? Ich bin erster Mach mir alle was mehr Also, du sagst nur die Reds-Maps, ne? Hier von wegen Protex, du lässt dich messern? Ernsthaft? Ja? Wie kannst du nur? Du wirst dich messern lassen, Protex X-mal nimmst du den im Gesicht zu dicht Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal Das weißt du doch, du hast noch was dran Komm, weil eh, du sagst alle A gehen, oder? Okay, warte, alle, 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 alle gehen B Ja, die rennen jetzt extra nach A, wir müssen jetzt verschieben Die haben gesehen, dass viele nach B rennen Ey, ist ja keine A, was ist denn hier los? Haben die überhaupt ne AWP schon? Doch, einer, ja, haben sie Ja, Short kommt dann Ja, das ist toll Ja, Short, 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 Short Ganz großes Kino Ich bin aufm Weg Die sind alle A AHHHHH AHHHHH Ich sag dir, lass mal, wir müssen als Gruppe mal richtig durchspammen Ich hab doch gesagt, ihr seid A kommen Weil, was hast du erwartet, mein Freund? Wir sind Short, wir gehen über Short Sei langsam, sei langsam Shit, du bist schon tot Hat aber 32 Schaden gemacht mit der Pistole Mist So, jetzt kommt wieder der Brotex hier Der Brotex Also könnt ihr eigentlich schon mal auf KG Spawnpistole Jetzt kommt's Ui, 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 extra sneaky Brotex spielt hier erstmal ne Runde Oc-Tons-Pussy Hol ihn dir! Hol ihn dir! Wow! Nettel, 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 Alter Was? Zweimal, ich sag ja, der Typ hat immer P90 Ja Wir müssen mal alle P90 nehmen Alle P90 nehmen und dann durchrushen Brotex, Sacko, bist du bedeppert? Sacko, bist du Ich geh jetzt mal auf Short, okay? Ich geh jetzt mal auf Short, okay? Äh, also wir kaufen jetzt hier alle P90, oder? Ne, ich komm in Shit, ich hab nicht genügend Money, ich hab nicht genügend Money Kann mir jemand P90 kaufen? Ja, kann ich, kann ich, kann ich Außerdem heißt das ANZIEH MAN! Du bist, du bist voll der Bonze geworden hier Ja, Problem damit Total der Bonze 6000 I'm a rich bitch Long, long flash Jetzt gehen sie wieder long, das gibt's nicht Hab, hab die Bombe nicht auf long Bombe, Bombe ist, Bombe ist long AWP, kann auch T spawnen Der kämpft da die ganze Zeit, ey Mein Gott Nesh ist geworfen, die kommen wieder long Die kommen wieder long Ja, da ist einer In Top Container Hattung, da könnte eine sein In Top Container So, ich hol sie mir Ich hab beide genug Ui, sauber, sauber, sauber Shit Der letzte ist T Mit AWP Okay Er rennt zurück Oh mein Gott Oh mein Gott Ehh, Mitte oben Best, ey, das war ja richtig strong von dir Überlegung Nein! Ich hab die 23 Schaden gemacht! Save die Arme! Save die Arme! Nimm dies! Ja! Ich dachte sie wird doch die Türschweite schlitzen! Dankeschön! Das kann passieren! Ja! Richtiger Granatenfreak! So, ich nehm jetzt auf jeden Fall P90! Damit kill ich mehr als... Nimm auch ein paar Granaten, die können dir das Leben renten! Oh! Wer ist ganz oben? Plucky und Merle! Dankeschön meine Woll! Dankeschön! Boine, so wird das hier aussehen! So wird das Geschirr! W-w-w-w-w-w-w! Locki spricht und es wackelt! Ja, Long sieht safe aus! Kein B zu sein, ja! Der ABP liegt hier auf T-Sporn, ich hab sie! Dankeschön! Ja, ich hab den ABP-typisch gekillt! Nein! Mit Cutters, Cutters! Tunnel, Tunnel, Tunnel! Was? 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 Tunnel, Tunnel! Wow! Was? 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 Achtung! Letzter Tunnel! Nice! Das waren Ace oder was? Den selben Typen! Du bist hier gar nicht schlecht! Ich schreib mal! Aus Spaß! Loops! Nein, nein, nein! Ja, man muss nicht provozieren! Ich weiß schon, welcher Kommentar kommt! Ey, Melek, ey! Du bist voll der Flamer, ja! Flamer, ey! Dann schreib ich auch mal was aus! Pro, 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 Pro! Das ist auch mal was, oder? Die Leute nehmen einfach so viel wahr! Also einfach viel zu ernst! Viel zu ernst! Das war einfach nur falsch geschrieben! Mitte, Mitte und Short! Achso! Verdammt! Mitte und Short! Wer ist denn dieser richtige Schütze da hinten? Ich hab ihm schon geholfen in der Mitte! Das ist Protex, Protex! Protex und ab's die Regeln! Gut, ich hab auch Glück gehabt, dass die einfach keine AWP dieses Mal hatten! Sonst hättet die mich, glaub ich, in der Mitte geholt! Ja, die hat Hecker! Du bist eigentlich sehr bewandert mit der AWP! Ja, übrigens, die kaufen jetzt wieder, ne? Also wir müssen jetzt wieder... Reinhauen! Es läuft! Es sieht aber gut aus! Ich glaub, ich sag, die kommen A long! 1-4! Du hast doch ne Flash, ne? Schmeiß mal rein! Ich rush durch! Nate! Oh, warte! Ich schmeiß ne Blend! Bleib stehen! Okay, ich geh rein! Short! Short! Komm zu der Mitte! Nein! Uuh! 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 Da hat mir einer gegeben in der Mitte! Ich bleib wohl noch bei dir jetzt! Ey, ich höre kein Ton, Alter! Nimm meine P90! Die liegt da! Shit! Ich bin gestorben! Nein! Auf Short! Der letzte! Short! AWP! Ist der low? Wie viel damage hast du gemacht? Auf Short! Auf Short! Shortest du mir Flash jetzt erst mal? Immerhin! Kann sein, dass er eine AWP hat, ne? Ja! Ne, doch nicht! Der hat sie nicht aufgehoben! Komm schon! Oh! Hat sie sehr schön beflügelt! Der hat sie beim zweiten Mal aufgehoben, weil der ein Idiot ist! Hätte der die das erste Mal dann... Ne? Der hat Bull verlaigt Flügel! Ja, der wollte einen auf Azi machen! Der wollte einen auf Azi machen! Diese Werbung wurde nicht bezahlt! Aber trotzdem bist du noch vor mir, Melek! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Nein! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Azi! Ah! Ah! Beruhigen sie sich, Azi! Bitte beruhigen sie sich! Bringen sie sich nach hinten und lassen sie die Punkte rüber wandern! Oh! Einer hängt! Äh! Weh! 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 Schön! Schön! Das war Jesus, den wir getötet haben! Das war Jesus, den wir getötet haben! Danke, Azi! Danke, Azi! Danke, Azi! Wuuuh! Jesus! Weißt du, drei konnte ich holen, aber dann war auf einmal ein vierter da und den hat Azi da weggefickt! Ja, so muss das! Also, aber, aber bitte! Aber, 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 aber! Was hat der denn da gesagt? Das heißt, wir wollen einen gemäßigen Ton! Vergenusswurzel! Danke schön! Vergenusswurzel! Wir wollen... Vergenusswurzel! 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 Wir wollen uns ja auch hier, äh... Nicht, ne? Anliegen! Oh, oh! Mit der Prüfstelle! Mit der Prüfstelle! Long Flash! Rend nicht durch! Ihr geht alle drauf! Ich renn mal durch Tunnel! Nooo! Da ist aber niemand! Oh! Im Tunnel ist niemand! Die sind A lang! B sieht safe aus! Kein A lang zu sein, ja! Wann Caharjuh... agner Bm...Malek blib B. Okay. Was ist denn hier los? Ich geht über Short! Yo. Short! ihmisch... Ist jetzt nur einer. Was? Was? Da kommt in dem Moment long aus. Ich glaub, die sind lang. Ja mov! Ein, zwei short vielleicht und die anderen lang! Shit! In der Mitte ist AWP wieder. Ich habe eine Blend Short geschmissen. Mit AWP hat er gesehen. Der ist long gegangen. Okay, ah. Definitiv, ah. Ich bewege mich langsam, sodass sie mich nicht hören. Ja, aber sie sehen dich. Och, ey. Der selbe Typ. Ich wollte gerade abdrücken. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Ja, long, ne? Das können die am besten. Die sind meistens long. Ich denke, die sollten long besser belegen. Alle P9, die laufen alle long und dann haben wir verloren. Ähm, also machen wir. Ich habe schon gekauft. Nein, tue ich nicht. Klasse. Blendgranaten habe ich auch dabei. Achso, ich dachte, wir machen das wirklich. Schade. Gut, habe ich allein meinen Spaß. Nächste Runde, nächste Runde, bitte. Okay. Yo, er gibt mir jedes Mal einen Hit, Alter. Die Luis. Die Bombe ist wieder Mitte, übrigens. Wir werden uns jetzt einbefinden. Oh, da ist eine Blendgranate geschmissen worden. Da ist einer. Pass auf, da ist einer. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich schmeiße eine Blend. Dein ist geschmissen. Ich renne durch. Oh, nein. Shit. Geh nicht durch, geh nicht durch, geh nicht durch. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Wo bin ich? Mama. Ich auch nicht. Renn weg, renn weg. Nein. Boah. Oh, der hat mir gerade 441 Schaden gegeben. Pass auf, da ist eine AWP, ne? Ich habe noch nie so viele Schaden bekommen. Ich schmeiße eine Blend. Moment. Jetzt. Ich habe sie. Lass sie kurz. Oh, wei. Der ist low, der ist low, der ist low, der hat sich jetzt meine AWP genommen. Der rennt jetzt, äh, der rennt. City, CT, CT. AWP. Nee, aber liegt B. B oder A? Die liegt bei mir. Komm, du musst auf CT schauen. Geht doch in die Grube. Nein, auf. Okay, 74, 3 habe ich ihm mal gegeben, aber... Das ist ja ein sehr ausgeglichener Kampf. Naja, was heißt ausgeglichen? Malik carried uns. Naja, übertreiben wir es nicht. Das macht Azi. Ach, der kann gar nichts. Das Einzige, was der carried ist, äh... Sands Spliss. Ich werde ihm immer eine AWP in die Hand drücken. Guck mal, wie still der ist. Ich kann die Wazi, ne? Ja, dann jedes Mal kriege ich einen Hit ohne Spaß. Der Typ... Entweder ist er krank gut oder er hackt. In der Mitte, ne? Ja, Mann. Jedes Mal gibt er Minde. Du gehst drauf, Blocky. Du gehst drauf. Egal, wie ich laufe. Du hast recht. Ich bleib mal hier. Vielleicht sieht er mich nicht. Boah. Ja, sicher. Durch die Tür. Ah, nein. Shot. Pass auf. Die sind übel. Boah. Den hast du aber gegeben, Azi. Wie viele Shorts? War grad nur einer. AWP, ne, Azi? Pass auf, AWP. Scheiße. Ich hab verzogen. Fuck. Pit, Pit, Pit. Die kommen jetzt gerade. Pit bleibt aber momentan noch. Na, die kommen vor. Rentenlang. Oh, du hast ihn rüber. Wo war der denn bitte? Der war am K. Da, da. Nice. Noch einer. Er wollte da jumpen. Er jumped da erstmal. Azi. Komm schon. Jetzt. Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen, bleib nie stehen, wenn er eine AWP hat. Nice. Schön. Jawoll. Azi, darf ich dich was fragen? Nein. Sag dir, Azi. Du musst mal da am Tazi. Darf ich die AWP haben? Nein. Ich bin voll gut damit. Danke schön. Was sagt denn Jesus im Chat? Wallack. Wallack, alles klar. Man hat ihn nur so an der Seite gesehen, aber er war im Wallack. Ja. Tut mir leid für den Wallack. Nein, Leute, ihr habt ihn auch bei mir gesehen? Dieser Wallack, der ist schlimm. Das ist Jesus. Das ist halt eine Glaubenssache. Du darfst nicht wissen, dass er um der Ecke steht. Du musst es ja glauben. Achso. Oh shit. Da kommen welche. Mein Freund, der war haftig Jesus. Ja, langes, langes. Okay, der hat mir gegeben. Der hat gelassen worden. Die sind Tunnel. Die feiern da. Die feiern übelst Tunnel. Lass mich vor. Blocki, lass mich vor. Ich habe eine P90. Du willst doch nur nicht, dass ich feier muss. Du kannst schon sagen, dass ich schlecht bin. Nice. Bist du rein? Aber die warten jetzt auf dich. Oh mein Gott. Warum? Ja, eine rechts oben bei den Kisten, eine ganz hinten durch. Komm schon. Ein Headshot. Oh, die Fenster raus. Ja, USB. USB. Jawoll. Schön gemacht, Mellick. Der Mellick hat mich getrollt. Du Mulacke. Das ist traurig. Ganz ehrlich, alles wegen Atzi. Der hätte keine Blendgranaten geschmissen, deswegen. Ach, ich feuer euch eh, Alter. Boah, Diego, eben hättest du aber auch mal eine Sekunde früher einen Headshot verpassen können, ne? Ohne zu gucken, ohne zu gucken, ohne zu gucken. Das war echt scheiße für mich. Mach schnell noch vor, wie. Atzi kennt ja keine andere Waffe außer AFP. Ich hab ne Ködergranate. Warte, warte, wir können die natzen. Warte, ich schmeiß ne Ködergranate. Short, short, short. Aber auch eine. Short. Joi, 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 joi. Dann denken sie, da sind zwei. Zack. Ist wahrscheinlich A-Split. Normalerweise kann ich jetzt weggehen. Normalerweise kann ich jetzt weggehen. Weil die denken echt, ich will kommen von da. Mitte ist noch einer, ja. Oder Mitte. Ich will nicht mehr. Ach Mensch, ne? Ich hab immer wieder Spaß mit Counter 2. Short und Mitte war noch einer. Ja, ich warte jetzt an den Türen. Ist der low? Dann kann ich ne He-Grenade schmeißen. Hinter, hinter den Türen. Direkt hinter der Tür. Rechts hinter der Tür. Oh, Alter, den hab ich nicht mal gesehen, hä? Mist. Einer geht short, einer geht short, einer geht short. Jesus war das. Nice. Der wahrhaftige Jesus. Nice! Terrorist. Blub, 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 blub. Jesus Christus. Er ist in unseren Sünden am B-Spawn gestorben. Oh mein Gott. Entschuldigung. Job vergeil, Job vergeil, Job vergeil, Job vergeil. Warte, warte, hier, hier. Hier, nimm einfach. Oh mein Gott, ich entschuldige mich, meine lieben Leute. Ah, da liegt doch ne P90. Ich möchte niemanden angreifen. Ich geh jetzt wieder in den Tunnel. Entweder sind sie A lang oder B. B, 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 B. Nein, 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 die sind Tunnel. Tunnel, Tunnel. Da feiern sie. Ich bin hinter denen. Ah, verdammt. Ich hab zwei erwischt. Sind noch B. Hab ihn. Schön. Wo liegt denn die... Ey, die war mit der hier. Guck mal, in meiner Mitte. Wer ist natürlich der Letzte, der überlebt? Der hier, Jesus. Der Jesus. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, scheiße. Er killt uns jetzt alle. Er hat auch ne P90. Er geht jetzt durch die Tür. Nice. Nice. Protex, darf ich die haben? Geil. Protex ist cool. Auf den kann man sich immer verlassen. Ich weiß, warum ich diesen Jesus nicht treffe. Ich muss meine Waffe vorher segnen lassen. Mit B. Ich spalte das Wasser. Oh mein Gott. Ich schreie mich hier im Kopf im Kragen. Tut mir leid, Bravo, aber du bist nicht so gut mit der Sniper. Oh. Wo hast du denn die erwischt? Long, ne? Long liegt die Bombe. Flächen auf Long. Diffuse Kit sollen wir uns auch mal holen. Wäre auch nochmal nicht so verklärt. Aber die Bombe liegt schon hier jetzt auf Long. Short, short, short. Warte, ich schaue immer noch auf Long. Dann komme ich gerade her. Kann ich mich hier hochwissen? Wissen Sie, was ich mache? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Du bist weggegangen. Wo bist du denn überhaupt? Auf Long. Bei der Bombe. Achso. Warte, ich komme zu dir. Oh, du eine Heldet. Ich schmeiß, ich schmeiß ne Blendgranate. Warte, ich booste dich hoch. Dankeschön. Und hoch mit dir. Ich schmeiß mal noch ne Ködergranate. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Die Granaten sind echt geil. Jetzt denkt er, ich finde, oh nein, da ist jemand. Der Melek schießt da. Der weiß sofort, dass du das bist. Ja, der war da sogar. Der war da sogar. Gut, hau. Der hat die Granate gesehen. Raus. Spiel. Was? Cheats. Ja, ja. Hallo. Hast du mein Mann? Ich hab nur... 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 Das war eh... Das war eh schon eklig. Was ist kein... Das war ja so nicht so ein Witz. Beirash? Ja, ne? Ja, alle, komm. Für den Naysbit mach nochmal mal gut. Was keiner weiß! Das hat sie damals ein Moorlock. Lass sie messern, lass sie messern. Lass alle mit Messern. Nein, wir gehen nicht mit Messereien. Was keiner weiß was? Du warst damals ein Moorlock. Oder Moorlock. Das ist ein Moorlock, ne? Moorlock. Ist das Moorlock? Dieser Roar-Rar-Rar-Rar! Oh, was ich... Wer hat die Blend geschmissen, Mann? Wer blendet uns denn hier? Schon einer von denen. Guck mal, wo ich's draufgekriege. Äh, hinter dir, Atzi. Das war... Das warst du! Okay, den hat er gerade geholt. Winner war einer. Ne, hier steht Kenny. Dankeschön. Wer hat die Bombe? Dankeschön. Achso, okay. Wer ist denn da? Atzi! Ich hab Jesus getötet! Ich hab Jesus getötet! Atzi rastet richtig aus! Atzi rastet richtig aus! Atzi, du musst noch schnell... Atzi rastet aus! Ich hab ihn! Von wem war jetzt der Kill? Von mir oder von Atzi? Atzi, schneller, Atzi! Komm! Komm, schneller! Dammit! Sollen wir wieder? Ich spiel Professor Lay Cookie-Clicker, ja? Ich spiel Eskin Mitte. Atzi ist über mir! Nein! Ich spiel mal bei so'n Cookie-Clicker! 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 Atzi, jetzt wo wir hier zusammen sind, möchte ich dich etwas fragen, lass B! Lass B! Lass B! 2B! 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 Atzi, rein, rein, rein! Atzi, möchten Sie mich heiraten? Lass mir doch gar nicht zugeheuern! Heiratsantrag ist sicher! Lass mir doch gar nicht zugeheuern! Lass mir doch gar nicht zugeheuern! Ich möchte dich hier auf diesem Schlachtfeld hinter... mit Liebe beglücken! Komm, leg die Bombe! Leg die Bombe! Lass mir doch gar nicht zugeheuern! Hahaha Oh mein Gott! Komm ihm noch. Was ist denn mit Jesus! Jesus ist tot. Ist er... Aber gut! Tro Tyler! Nicht von 뉴스... Ahh ihr seid gut Leute! Boah. Was ist drin? Ichion jetzt aber! Wieder B? Das ist so obvious, wenn wir jetzt wieder B gehen. Dieser Auto ist gut, aber er ist nicht schön. Aber Leute, jetzt haben wir wieder so mega viele Snipers. Einer rüber oder zwei rüber. 3 B. Dann besiegen wir. Kriegen wir. Wir dürfen uns gleich die Bombe holen, HC. Hab ihn. Hab ihn doch. Ich geh vor. Ich geh vor. Da ist Jesus glaube ich. Warum ist die Bombe auf lang? Warum die Bombe auf lang ist? Weil ich gesagt habe, dass wir drei Leute sind und ich jetzt einfach lang gehe. Nein, Jesus hat mir einen Hedgehog gegeben. Jesus ist hier irgendwo. Doppeltier glaube ich, Jesus. Pass auf. Camp lieber. Über natürliche Kräfte, das weißt du. Oh, du hast ihn erwischt. Ich habe Jesus getötet und werde zum Propheten. Jetzt kommt Bravo. Schön gemacht. Schön gemacht meine Leute. Bravo. Team Bravo. Ich glaube dieser Bravo, der mag mich nicht mehr. Ich habe ihn gerade auch die ganze Zeit aus der Mitte geholt, wo der am Snipen war. Also ich, also ich an seiner Stelle würde mich hassen. Der jagt dich jetzt. Ich glaube ich nehme die zu ernst. Lass wieder B. Lass wieder B. Lass es zu ernst. Ich glaube ich nehme die zu ernst. 2 B war natürlich was. 3 B. 3 B. 3 B. 3 B. 3 B. Okay, dann gehen wir A long. Gehen wir A long. Hab die Granaten. Ich habe die Bombe übrigens. Wenn ich sterbe, dann bist du beschlägt. Ich sehe nichts. Keiner long. Die gehen alle B. Smoke. Danke für die Smoke. Wer hat die Smoke da so hingeschmissen? Die war gut. Da liegt einer. Hab ihn. Zauber. Auf Spot noch einer. Nein! Bitte doof! Was hat denn die Waffe? Was steht hier? Oh! Oh! Der war mies. Der war richtig riesig. Ich leg die Bombe. Headshotrampe! Headshotrampe! Rampel! Rampel! Hinter dir! Die sind auf Spot! Auf Spot! Auf Spot! Ja, hier. Ach man. Bis heute nicht. Bei der Sache, ne? Ja, ehrlich ey. Geh, geh über Short. Geh über Short. Wie er einfach überlebt. Hinter dir kommt einer her. Ja. Wuuuh! Boah! Ja, immerhin hast du ihn erwischt. Komm schon. Einen hast du mitgenommen. Das war Jesus. Es ist immer dieser Jesus. Er ist überall. Nice! Ein Moment, ein Moment. Wer hat gerade gesagt, Jesus ist am Fenster? Ich war das. Das war mein bestes Ding. Eine kleine Ansage, meine lieben Leute. 3B! Wir haben alle nichts gegen eure Religion. Ihr könnt glauben, was ihr möchtet. Nur Jesus geht mir in diese Runde echt auf den Nerv. Hahahaha! Da kommen welche in Long. Long sind auf jeden Fall welche. Da hab ich Steps gehört. Nerv. Ich bin bei einem Tunnel. Campen. Die warten alle und wollen ne Pizza von mir. Und ins Gesicht aber. Das ist der Erste. Penetrant. Ich geh Short, Achtung. Oh, ich hab hier einen Scharfschützen. Sauber. Ich hab wieder die Bombe, ohne es zu bleiben. Ich hab wieder die Bombe, ohne es zu bleiben. Ich hab wieder die Bombe, ohne es zu bleiben. Short einer, Short einer, Short einer, Short einer. Geh zurück. Der opfert sich. Short geht zurück, hat noch 38. Ist da jemand überhaupt, Blocky? Weiß es nicht. Ja doch, da ist einer. Geh nicht rein mit der Bombe. Short ist zurückgegangen. Kannst du auch mit ne Pistole holen, notfalls. Ah da, 38. 2Shots. Ich komm dann über Short. Jesus ist, glaub ich, Tunnel. Mal schauen, ich bin in der Mitte. Auf B jetzt. Vielleicht kommt da noch einer raus. Wir sind, wir sind auf Short. Sauber. Ich warte dann mal. Sonst geht jetzt zu B. Oh, oh nein, nein. Geht jetzt zu B. Von B kommt der Awe. Oder die kommen hinter uns. Oder die kommen von hinten. Wir campen. Adzi, campst du long? Nein, ich komm jetzt long. Sauber. Du hast Bravo erwischt. Du hast noch einen Schuss auf seine AWP. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der ist down, der ist down, der ist down. Ich leg die Bombe. Ich leg die Bombe. Ich schaue nicht mehr. Jedes Mal dasselbe. Es ist Jesus. Er ist überall. Er plant die Bombe. Er befust die Bombe. Er hängt am Fenster. Ja. Ich hab das P90 von ihm. Mal so. P90 spiel hab ich von ihm. Ja, du hast seine eigene Waffe gesegnet. Schaut mal hier. Wer ist denn hier so bitte gestorben? Ach, einer hier unten. Und dann schreibt Jesus Warleg. Wer hat bitte diese billige Flash geschmissen? Alle von denen, ne? Das war 100 pro Jesus. Aber der ist tot. Jesus ist für uns gestorben. Ok, rennt weg. Die Bombe platzt. Die Bombe platzt. Aber wir sollten das positiv sehen. Das ist keine Wasserbombe, ne? Ja. Das ist keine Wasserbombe. Aber wir sollten das positiv sehen. Wenn das der echte Jesus könnten wir nicht gewinnen, dann würde er ja immer wieder aufstehen. Ja. Das stimmt. Ja, erstmal müsst ihr ihn mal an ihn kreuzigen. Alter, das war böse jetzt. Boah, das war böse. Boah, du asoziales Arschloch. Ja. Echt, ey. Jetzt werden alle sagen, du wirst religiös feindlich und du hast hier. Ne, warte, ich hab nur die, ich hab nur die Geschichte erzählt. Ja, 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 ja. Gib zu. Gib zu. Zwei nach B, ne? Du hast es getan. So, ich hab jetzt auch ne Flash. Ich flasche Jesus. Oh, Jesus flasht mich. Oh, oh, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Hast du denn keine Sonnenbrille? Warte, ich hab ne Monotaur. Einer Short, P90 hat noch 12. Nur einer ist Short? Ja, da war nur einer, soweit ich das gesehen habe. Und der hat noch 12. Der ist aber, glaub ich, zurückgegangen. Du musst grad so lachen. Und weil ich sie verzogen habe, hab ich jemanden gekillt. Nein! Da ist einer Mitte. Im Sprung mit Happy90. Fuck. Headshot. Das ist ja, äh... Plente, Plente, ich... Alle Achtung, der kommt jetzt Mitte, der kommt jetzt Mitte. Da ist Tunnel. Die sind Tunnel, ne? Einer von Mitte, einer ist Mitte. Mitte, einer ist Mitte. Der müsste low sein. Kannst du wieder beschlossen. Alter, die sind Tunnel, die sind auf Tunnel, ne? Kannst du wieder beschlossen, ne? Passt auf, einer Mitte bitte. Und einer am Fenster, wo Jesus immer kommt. Aber der ist ja schon groß. Du dumm 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 dumm. Azi. Azi. Guck mal, der ist ein Pranger, wo man ihn kreuzigen kann. Scheiße, ey. Zweimal daneben, der ist Mitte. Ich hol ihn mir, wenns geht. Der kommt jetzt door, glaub ich. Entweder door oder geht weg. Über Cutter. Und nur, mit dem hat er, du kannst door gucken. Ne, er safe bestimmt. Und gemeinsam gewinnen zu können Weil er weiß, dass er dieses Thema hat Du schliffst aber im Kar Zumindest mit denen leben Scheiße Oder er tötet mich noch, er tötet mich noch Er kämmt hier irgendwo Ich dachte, ich dachte Hey, ich kann mir wieder eine Arte kaufen Erstmal Good Game schreiben Gleich Wir haben nur nicht gewonnen Sollen wir dann Good Game spiken alle? Lass uns alle, lass uns was doofes machen Bis die letzte Runde Ja, Long Rush Mit Messer, mit Messer kommt Ich spiel es die ganze Zeit AWP Alle Negev, Negev, Negev Negev kann ich mir nicht leisten Negev Long Rush, richtig dumm Okay, dann geht mal vor Oder Short, Short ist besser Ich gebe sowieso Okay, B Short Lass uns alle zusammen gehen Bis zu, ähm, Messer alle Alle Ach komm, ich geh mit AC lang Ah, Short Bis zu, alle Short Ich hab das Kopf gemacht Du sollst hier noch ein Messer machen Weißt du, wenn alles funktioniert Funktioniert wirklich alles, ne? Oh, AVP, ja, AVP, ja, AVP, ja, AVP, ja, AVP, der weiß gar nicht das bekommt Ich erster, ich bin erster Der sieht das gar nicht Der sieht das gar nicht Der hat uns, LoL, Vellick, NIFE Das war die, das war die Bravo Ich hab ihn auch gemessert Er hat uns gar nicht gemessert Das war die Bravo Schönes Ding Schönes Ding die beiden Das war die Bravo Die Bravo AC LoL, ja, Bravo und Jesus in einem Team Soll ich das machen? Ja, äh...Was denn? Ja, dann war ich Tunnelo Da ist noch einer Zwei Ich hab ihn Du hast einfach zwei Leute gemessen Geh los, nein Short auf short Wir haben zwei Leute gemessen Jetzt kommt's Sag der ja und dann wurde er von der Seite geholt Wenn du ihn triffst Boah, hast du den Jump gesehen? Der ist runter Der spielt echt viel Der spielt auf jeden Fall Minecraft Das ist gut, dass er Minecraft spielt Die kriegen den, die Fuse nicht mehr Doch, hätten sie Doch, Jesus Hätten sie bekommen Nein, Jesus ist schon tot So, good game erstmal Good game GG Jesus Christ Jetzt werden bestimmt alle noch sagen Ey Malek, ihr seid voll die Rassisten Our team was noobies Was? Wir waren gar nicht so noobies Our team was noobies Also Achso Achso Ich dachte ihr habt mich beleidigt Ich wollte euch gerade beleidigen Also ganz gemüse Naja Das war eine Folge von Construct Go Mit dem guten Typen hier Und wir sehen uns vielleicht Bei einem nächsten Part Vielleicht Je nachdem Ihr könnt übrigens auch noch Die Freunde hier In der Videobeschreibung Auf jeden Fall abchecken Wir sehen uns nächstes Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.